Das schönste am Abend ist die Vorfreude. Mein Magnum. Und auf einmal spüre ich die Sonne. Erst knackt die Schokolade und dann kriegt man alles. Wir sind Nachtmenschen. Ich und mein Magnum. Ich schmeiß einfach dahin. Was für ein Nebiet. Ein Abend ohne Magnum? Das ist wie eine Nacht ohne Sterne. Morgen gebe ich eine Party für den Chef von meinem alten. Was mache ich bloß? Nehmen Sie doch Charts Pur, das Top-Hit-Konzentrat. Keine Fülltitel, keine Ladenhüter, nur Top-Hits. Charts Pur, das Top-Hit-Konzentrat. Wenn es mit dem Singen nicht klappt, probieren, probieren, probieren. Nescafé Showcafé. Kaffee in Schokolaune. Chorale. Farbe, Pflege, Mode, Design. Chorale. Gewinne an! Jetzt bei Chorale. Halbzeit. Leeres Tor, leerer Magen. Milky Milky Way. Zarte Milchcreme, leckere Haselnussschokolade, knusprige Waffeln. Der neue Milky Way Knusper-Snack. Mehr als ein Volltreffer. Der neue Milky Way Knusper-Snack. Das Geheimnis liegt in der Milch. Hohe Voranmeldung. Auf alle Bremsen zwei Jahre Garantie. It's da. Vorfahren, wegfahren, glücklich sein. Also, ich hab jetzt die Eurocard. Denn bei Schnäppchen muss man zuschnappen können. Eurocard. Deutschlands meiste Kreditkarte. Das Leben ist riskanter geworden. Selbst ein ganz normaler Unfall kann heute die Existenz kosten. Damals nach dem Brand dachten wir, das ist das Ende. Die Leute erwarten zu Recht, dass wir als Versicherung nicht rumreden, sondern zahlen. Die kamen gleich zu uns raus. Und schon nach einem Tag hatten wir das erste Geld. Irre. Bei einem Schaden zahlt die Allianz schnell und unbürokratisch und hilft so, die Sicherheit ihrer Kunden zu bewahren. Hier geht es nicht um Versicherungsfälle, sondern um Menschen. Hoffentlich Allianz versichert. Zähne sind nicht flach, sie sind dreidimensional. Deshalb hat die neue Colgate Total erstens kurze Borsten für die Zahnoberflächen, zweitens lange für die Zahnzwischenräume und drittens schräg stehende Borsten, die schonend plack am Zahnfleischrand entfernen. Die neue Colgate Total flägt Zähne und Zahnfleisch dreidimensional. Der Fiss-Bartreiniger löst Schmutzränder und Kalkflecken wie von selbst. Einfach abspülen, alles glänzt. Fiss-Bartreiniger, perfekter Glanz ohne Nachreiben. Jetzt will ich was Heißes. So einen richtigen Cappuccino. Cappuccino? Mit richtig viel Schaum und Schokoflocken. Ich liebe Schokoflocken. Auf heiße Situationen sollte man vorbereitet sein. Jakobs Café Cappuccino mit extra viel Schaum und Schokoflocken. Mehr. Lust auf mehr? Cappuccino. Deshalb gibt's jetzt neu die Dose. Jakobs Café Cappuccino, der einzige mit Schokoflocken. Meine kleine Camille will alles so machen wie ich. Im Urlaub haben wir beide viel geduscht, wegen dem Sand und der Sonne. Dann hat unsere Haut immer so gespannt. Ja, und mit DAV hat sogar Camilles Haut keine Probleme mehr. Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschgels enthält das neue DAV Creme Duschgel ein Viertel Feuchtigkeitscreme und neutrale Reinigungssubstanzen. Deshalb trocknet DAV ihre Haut nicht aus. Jetzt finde ich, dass meine Haut fast so weich ist wie die von Camille. Wir nehmen ja beide DAV. Ja? Hi, ich wollte nur mal hören, wie es dir so geht. Was du nicht sagst. Fehlt dir auch nichts sonst. Könnte ich ja vorbeikommen. Wart mal. Du? Die Letta ist alle. Weil's Letta schmeckt. Gillette wünscht allen Vätern das Beste. Und dass sie auch zum Vatertag sanft verwöhnt werden. Mit dem Gillette-Sensor Excel. Seine weichen, flexiblen Lamellen richten das Wartar auf. Für die beste Gillette-Rasur, die es je gab. Gillette-Sensor Excel. Für den Besten. Unser Bestes zum Vatertag. Es gibt gute Gründe, Qualität zu tanken. Aha. Alles super. Seht euch warm, man. Haha. Kitzel, Blitze, Kitzel, Blitze. Bei schlechtem Wetter und stressigem Alltag fehlt es schnell an Vitaminen. Auch unausgewogene Ernährung lautet schnell aus. Hier hilft Oinova mit der Dreifach-Vitalstoff-Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Nur so sind Sie rund um Oinova geschützt. Oinova, der Vitaminschutz für die ganze Familie. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ein Mord im Reservat. Glauben Sie etwa an diesen Quatsch über die Geister in Sianer? Der Verdacht fällt auf Unschuldige. Ich sehe große Gefahr. Doch die Gefahr ist sein natürliches Element. Highwayman, morgen 18.50 Uhr auf ProSieben.